Der Marley Frischluftwärmetauscher lässt sich einfach und schnell montieren. Bitte lesen Sie die Montageanleitung gründlich durch. Wählen Sie den passenden Ort für den Einbau des Marley Frischluftwärmetauschers. Der Mittelpunkt der Bohrung sollte mindestens 30 cm unter der Raumdecke liegen. Eine Kernbohrung mit nur 180 mm Durchmesser reicht aus. Achten Sie darauf, dass die Bohrung mit 2 Grad Gefälle nach außen ausgeführt wird. Das Gerät kann für Wandstärken von 280 bis 500 mm eingesetzt werden. Ermitteln Sie die Wandstärke Ihres Hauses und trennen Sie das Isolationsrohr vom Marley Frischluftwärmetauscher. Übertragen Sie die gemessene Wandstärke auf das Isolationsrohr und kürzen Sie das Rohr mit einer feinzahnigen Säge auf dieses Maß. Das Isolationsrohr wird in die Kernbohrung eingeschoben. Achten Sie dabei auf eine senkrechte Ausrichtung der Verbindungsstellen. Das Rohr nun in der Wand verspachteln. Achtung! Vor allen Arbeiten an Stromleitungen sicherstellen, dass die Leitung stromlos ist. Das Stromkabel wird an das Rohr herangeführt. Dabei ca. 20 cm Kabel für den späteren elektrischen Anschluss berücksichtigen. Die Schraube der äußeren Abdeckhaube lösen und die Haube entfernen. Lösen Sie die unteren Schrauben der Lüsterklemme und trennen Sie die Kabel von der Klemmleiste. Jetzt können Grundplatte, Ventilator, Filterpatrone und Keramikelement aus dem Rohr entnommen werden. Im nächsten Schritt wird das Maß der Wandstärke auf das Rohr übertragen und das Rohr entsprechend gekürzt. So lässt sich die Innenblende lösen und abnehmen. Dann löst man den Verschluss und nimmt ihn vom Gerät ab. Jetzt kann man den Korpus des Mali-Frischluft-Wärmetauschers von der Innenwand in das Isolationsrohr einschieben und befestigen. Das Kabel für den Anschluss des Motors dabei in der dafür vorgesehenen Einkerbung des Isolationsrohrs führen. Auf der Außenseite wird der Ventilator wieder in das Rohr eingesetzt und die Grundplatte mit der Wand verschraubt. Die vier Adern des Kabels entsprechend der farblichen Kennzeichnung in der Klemmleiste verschrauben. Nun kann die Außenhaube aufgesteckt und fixiert werden. Auf der Innenseite das Anschlusskabel in das Gerät führen und die beiden Leitungen in der Klemmleiste verschrauben. Jetzt werden von innen zuerst die Filterpatrone und dann das Keramikelement in das Hauptrohr eingeschoben. Die dreiteilige Abdeckung wird aufgesteckt und verschraubt. Um die Fernbedienung anzulernen, muss der Hebel für den mechanischen Verschluss geöffnet werden. Zuerst den Programmierungsknopf für drei Sekunden gedrückt halten, bis die LED-Lampe schnell blinkt. Dann auf der Fernbedienung die Taste für den Sommerbetrieb drücken, bis die LED kurz blinkt und das Blinken am Gerät aufhört. Das Gerät hat jetzt die Fernbedienung erkannt und stellt automatisch eine Verbindung her. Der Marley Frischluft-Wärmetauscher kann nun über die Fernbedienung gesteuert werden. Wenn zwei Frischluft-Wärmetauscher im Dialogbetrieb arbeiten sollen, wird zunächst das erste Gerät mit der Fernbedienung verbunden, wie gerade gezeigt. Beim zweiten Gerät wird dann zunächst die Schalterabdeckung entfernt. Dann den dahinterliegenden Schalter in die Stellung ON schieben und die Abdeckung wieder anschrauben. Auch hier den mechanischen Verschluss öffnen, den Programmierungsknopf drei Sekunden halten und auf derselben Fernbedienung die Taste für den Sommerbetrieb betätigen, bis die LED kurz blinkt. Das Gerät hat nun die Fernbedienung erkannt. Jetzt lassen sich beide Geräte über diese Fernbedienung steuern. Zum Schluss wird die Innenblende wieder auf das Gerät aufgesetzt. Der Marley Frischluft-Wärmetauscher – gesundes Raumklima durch intelligentes Lüften.